Los. So, und jetzt ist die Überlegung, ob wir hier wirklich investieren wollen oder nicht. Prinzipiell würde ich sagen, wir gehen ein bisschen mehr auf Kurven. Und ich hoffe uns ein bisschen Vorteil davon, da müssen wir jetzt mal gucken. Hier haben wir, ah, das sollte ich vielleicht auch mal lesen, ich verspreche das immer, das ist unglaublich ein Singleplayer, also mein eigenes Spiel, meine ich, in meinem anderen Spielstand, habe ich es auch nicht gelesen. Hier sind ja sogar Informationen, dass es ein guter Mix aus 2- und 3-Stopp-Strategie ist und, ja, da müsste man mal gucken. Das sind ja wirklich gute Nachrichten und dann sollten wir da vielleicht in Zukunft ein bisschen drauf achten. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal das Qualifying. Warum wir 92% Reifen da oben haben, ist mir ein Rätsel. Aber gut, so ist das nun mal und wir starten jetzt. Na, jetzt startet er und ich hoffe, dass wir durch diese Kurven-Geschichte ein bisschen besser abschneiden. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie die geraden Kurvenverhältnisse sind, aber gut, so ist das jetzt, müssen wir eh damit leben. Ich glaube, wir schneiden halbwegs gut ab in den Verhältnissen, schneiden wir sogar sehr gut ab. Wir sind 16. und 18. Das ist jetzt ja nicht so schlecht und es ist ein gutes Rennen von 2- und 3-Stops, haben sie gesagt. Dementsprechend werden wir hier ein bisschen was pimpen und gucken mal, was passiert. Und ich erwarte eigentlich jetzt auch, oh, der überholt hier ja gut, wir überholen gut, wir überholen echt gut hier. Obwohl, ich war der Meinung, da stand, dass das nicht so einfach ist zu überholen, aber wir haben jetzt schon mal 2 oder 3 Plätze gut gemacht. Sind auf jeden Fall schon mal auf Platz 14 und können hier unten auch noch attackieren. Ne, wir werden aufgehalten. Ne, wir werden wirklich aufgehalten. Ja, jetzt sind wir doch deutlich zurückgefallen und jetzt kommt der Kollege hier endlich. Und wir haben Probleme zu folgen. Wir müssen leider ein bisschen mehr tun. Wir werden in Runde 17 statt 14 kommen. Also das ist jetzt nicht so der Mega-Unterschied. Dementsprechend werden wir jetzt hier ein bisschen mehr riskieren müssen. Dieser eine Stopp weniger würde uns eine ganze Menge bringen. Und es würde mir jetzt auch viel helfen, oder uns als Team, wenn jetzt nochmal ein Safetyker kommen würde und nochmal alles zusammenfächert. Dann sind die 24 Sekunden wieder weg und man hätte viel bessere Chancen. Und der Herr Miller macht das hier jetzt doch ganz gut. Man muss ihn auch mal loben. Man kann nicht nur meckern und hier hält wirklich Button gut auf. So, Button blockiert uns YouTuber. Und der Herr Miller versucht hier an Perez vorbeizukommen. Also es muss langsam auch mal ein Rennen für Miller her. Das ist klar. Das geht so natürlich nicht weiter. Prinzipiell kann jeder Fehler machen und der kann hier einfach durchfahren. Ist ja unglaublich. Aber es muss ein Rahmen bleiben. So Runde 14 und 17. Jawohl. So war es. Da wir eh überrundet werden, würde ich das sogar abkürzen. Ich glaube, wir werden überrundet und können diese Runde quasi abziehen. Und jetzt sind wir hier gut in Kämpfe verwickelt. Und wir könnten auch uns selber noch ein bisschen eher reinholen. Ricciardo hat sich gedreht. Er ist hier vorne jetzt. Miller verliert leider jetzt auch an Plätze. Die Reifen sind halt nicht mehr so gut. Aber man muss schon sagen, wir kämpfen hier realistisch gesehen um Platz 16. Und das ist ja schon mal eine gute Geschichte. Und wir holen jetzt hier auf. Also das ist natürlich ein Märchen, was hier gerade passiert. Also Märchen ist vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Aber wir stehen gut da. Wir stehen sogar sehr gut da. Denn mit Platz 19 und 20 werden wir uns nicht zufrieden geben müssen, glaube ich. Und das ist schon mal ein gutes Ergebnis eigentlich für unser Team. Ich glaube aber, wir werden noch ein, zwei Plätze weiter vorne stehen können. Und die beiden sind hier gleich schnell. So, Miller in der Box. Und das bedeutet für ihn hier auch, es geht ein bisschen nach vorne. Wir müssen mal gucken, wie weit. Er wird in Runde 16 kommen. Miller ist 23. Ist jetzt erstmal gerade wieder enttäuschend. Aber die anderen kommen ja gleich alle zum Boxenstopp. Also als solches würde ich das nicht überbewerten. Da muss man ehrlich sein. Und mit Weich, Weich würde ich hier an seiner Stelle auch nicht fahren. Das können wir aber bei Miller machen. Der kann Weich zum Ende jetzt fahren. Und hoffentlich dadurch schnellere Rundenzeiten. Wir müssen da mal gucken. Und mal gucken, wo wir jetzt landen. Natürlich hinter Miller. Wir sind hinter Miller. Man sieht es hier oben im Übrigen. Und jetzt heißt es dann auch ein bisschen hoffen, dass die Taktik aufgeht. Es werden hier Plätze um Plätze gewonnen. Hier war es ganz knapp. Aber es ist geglückt. Kevin Magnussen. Und das müsste Perez sein, wenn ich mich nicht täusche. Man sieht es hier noch nicht. Ist noch nicht aktualisiert. Jawohl. Das ist Perez. Und das wäre schon schön, wenn wir den überholen. Das wäre schon richtig schön. Wir können aber nicht das Risiko eingehen, unsere Reifen kaputt zu machen. Das ist das Problem, was wir haben. Denn dann werden wir ein Endem-Problem haben. Die sind auf derselben Strategie wie wir quasi. Und leider muss man sagen, sind wir jetzt... Ich hätte gehofft, es geht ein Stück weiter nach vorne, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte echt gehofft, es geht ein Stück nach vorne. Macht das aber nicht. In Runde 35 bzw. Runde 27. Na komm, dann kannst du hier ein bisschen aufdrehen. Und unseren Kollegen gebe ich hier auch mal ein bisschen Schub. Der darf da auch mal kurz vorbei. Na komm, push hard. Push hard now. Ja, und fällt zurück. Ist natürlich echt super. Ja, Miller wird die schon aufhalten. Aber wenn wir ehrlich sind, werden wir den Anschluss nach vorne nicht halten können. Und da muss man sich schon fragen, ist das Ziel damit erreicht oder nicht. Miller wird gleich in die Box kommen. Wir haben noch keine ganze Runde Rückstand. Das ist übrigens mal erstaunlich. Runde 28 immerhin gleich. Und am Ende der Runde kommt Miller in der Box. Und wir hängen hinten hinter den fest. Und können vielleicht, vielleicht können wir den Stop ja rauszögern. Weiter nach hinten. Und dann weiche Reifen nehmen. Auch das ist eine Möglichkeit, wo man mit den Reifen spielen kann. Und wir haben Platz 15 immerhin vor uns. Man muss das ehrlich mal sagen. Das ist Platz 15. Das ist ja nicht irgendjemand. Das ist ja schon so, dass man da schon glücklich sein kann mit den Wagen, den wir da haben. Es liegt nicht an den Fahrern, dass wir so schlecht sind, sondern ganz, ganz klar an den Wagen. Und jetzt kommen wir hier gut vorbei. Und wir müssen uns überlegen, bleiben wir länger draußen oder nicht? Ich würde eher Nein sagen. Und wir fahren dann mit den harten Reifen zu Ende. Und wir sind auf Platz 15. Eriksen ist hinter uns. Der aber auch gerade in der Box war. Wir kommen 35, ne? Wir sind auf Platz 14. Also das ist unglaublich. Wir sind auf Platz 14. Und Sainz, wir sind hier. Sainz ist gar nicht so unendlich weit weg. Also da gibt es noch Möglichkeiten. Das muss man sagen. Wobei Hültenberg hier außenrum fährt. Man muss mal gucken, was da möglich ist. Wir verlieren jetzt auch an Eriksen. Und sind auf Platz 16. Und hier ist Sainz. Sainz schon in Schwierigkeiten. Also da muss man jetzt mal gucken, wann Sainz in der Box kommt. Wir sind 20. Das ist ein bisschen enttäuschend da unten. Und hier müssen wir gucken, wenn wir Sainz packen. Das wäre natürlich noch super. Das wäre Platz 15. Da sind wir nah an unseren Rekord dran. Muss man ja auch mal sagen. Auch das sind natürlich Fakten. Und wir haben Perez hinter uns gelassen. Derzeit gleich mit uns in der Box war. Beide harte Reifen. Und wir müssen mal gucken. Und jetzt ist er an Sainz dran. Und Sainz kommt in der Box. Also da muss man mal gucken. Sainz hinter uns. Sehr schön. Sehr schön. Das ist zufriedenstellend. So habe ich mir das gewünscht. Und wenn wir die jetzt hinter uns halten können, wäre das gar nicht so schlecht. Aber tendenziell sollten wir uns nach vorne orientieren. Wir sind 15. Und 17. Das wäre ein Traum. Das wäre ein Traumergebnis. Wobei man ganz klar sagen muss, Guterres hält ihn hier gerade auf. Er wird niemals diesen Platz halten können. Das ist... Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Das ist einfach so. Miller wird jetzt in die Box kommen und hinter uns zurückfallen. Aber ob sich das nicht am Ende doch auszahlt, müsste man dann mal gucken. Denn das ist schon möglich, dass sich das auszahlt. So, er soll ein bisschen blockieren. Das kostet halt Zeit, das Blockieren. Das ist halt das Dumme da dran. Miller kommt in der Box. Wir fahren an der Box vorbei. Und Miller ist draußen. Also es ist schon die Möglichkeit, dass Miller uns am Ende noch packt. Und das wäre das erste Mal. Und ich würde es Ihnen auch wünschen. Es ist ein bisschen schade, wie es läuft. So, Miller ist jetzt 21. Das ist natürlich... Brauchen wir nicht darüber diskutieren. Ist nicht das, was man sich wünscht. Und hier kommt wieder der Herr Hültenberg, müsste das sein, an uns vorbei. Aber das ist kein Problem. Wir bleiben 15. Und ich würde sagen, Platz 15 wäre erst einmal ein Erfolg. Zumal, wenn wir hier überlegen, unser Kollege, der ja auch gut aufholt. Er wird sich jetzt Button holen. Und es wäre schön, wenn wir noch ein bisschen hier auch Science hinter uns halten könnten. Das wäre wünschenswert. Und wir sehen, die Kollegen hier, die sind eng beieinander. Wir sind hier in einem Feld. Und da kann viel passieren. Da kann wirklich viel passieren. Weil er ist schon dran. Er ist schon dran hier. Und das könnte sein Rennen hier werden. Und das wäre wünschenswert. Ich würde es ihm wirklich wünschen. Er wird jetzt Button angreifen. Kommt aber noch nicht vorbei. Allerdings muss man auch sagen, jetzt wird es Zeit, ein bisschen mehr Attacke hier zu machen. Er hat, äh, Palme hat uns überholt. Wir sind 16. Das ist nicht zufriedenstellend. Und er geht hier an Button vorbei. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Und die 21 ist Guterres. Guterres kommt jetzt an uns vorbei, glaube ich. Na, wir konnten ihn nochmal halten. Und er kämpft hier mit Button. Also für ihn ist das hier ganz schlecht. Das muss man mal sagen. Er ist hier völlig eingeklemmt. Und hier oben muss er aufpassen. Science kommt. Science kommt. Momentan sind sie. Übrigens, Science hat sich gedreht. Und Verstappen auch. Also momentan muss man sagen, sind sie mit Platz 16 und 21. Naja, gut. 16 und 19. 16 und 17 wäre halt besser. 16 und 18. Und jetzt kommt er vorbei. Jetzt, jetzt. Und er dreht sich. Was ist das denn? Nein. Meine Güte, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch echt nicht wahr sein. Das ist Miller ist. Den kannst du feuern. Das ist. Solche Fahrer brauchst du nicht. Er hat die Order einfach nur blocken. Und er blockt doch Perez. Hat er nicht geschafft. Wir werden nur 18. Und 22. Das ist. Das ist die Enttäuschung. Das muss man sagen. Das ist die Enttäuschung. Ja, mit Platz 18 können wir noch Vorlieb nehmen. Aber mit Platz 22 bzw. 21 immerhin sind wir nicht zufrieden. Das können wir auch nicht und sollten wir auch nicht. Wenn wir uns damit zufrieden geben, dann stehen wir still und es sind wieder zwei Deutsche auf dem Treppchen. Diesmal Lewis Hamilton allerdings auf eins aus Großbritannien, dann Vettel und dann Rosberg. Man muss schon sagen, dass er Science geholt hat, war die Minimum an Entschädigung, was er hätte bringen müssen. Aber auch nur, das hat er nur geschafft, was Science sich selber nochmal gedreht hat. Science hat sich zweimal gedreht. Ähm, ärgerlich. Hätte ich mir mehr gewünscht. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, 18, 19 wäre der Wunsch jetzt gewesen. Am Ende des Rennens. Von dem, was da halt möglich war. Und, ähm, das wurde nicht genutzt. Das Potenzial des Wagens ist damit ungenutzt und ärgerlich. Die Reifen sind runter. Aber wir haben auch gesehen, beide Strategien sind gleich schnell. Und wir sollten vielleicht ein bisschen auf die News da vorne achten. Äh, die ich eigentlich immer nur weggeklickt habe, weil ich mir dachte, ja, die werden schon irgendeinen Blödsinn schreiben. Ähm, gut. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier raus. Und, ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Das nächste Mal fahren wir den großen Preis von Österreich. Ja, Österreich. Und, äh, ja, wäre halt schön, wenn ihr dabei wärt. Es geht ein bisschen mehr gerade. Und, ähm, wir gucken mal, ne? Also, bis dann.